Oh, da ist Wasser. Da. Hä? Wenn ich jetzt da einlöste... Eilendes Wasser? Dann könnte das doch jetzt wieder... Das ist okay. Oh, das wird schwierig. Setz ich die dazwischen? Wichtig. Und down. Fuck, das reicht nicht. Kacke, das muss da sein, glaube ich. Spring Water. Och, kacke, kacke, kacke. Ich brauche einen Eimer. Mal kurz hier einen Eimer holen. Müsst es doch gehen. Bitte, bitte, lass es funktionieren. Hier noch einen Eimer drin? Nein. Hier einen Eimer drin? Nein. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe gerade erfolgreich researcht und... Bing! A Sense of Life. Guck mal, gleich mal ins Formel-Norikon. Oh, ganz unten. Oh, schön. Ich habe übrigens Cotton noch angepflanzt. Einen Haufen. Ja, ich nutze OBS zum Streamen. So, und ich bin ja nicht so böse. Zwölf. Und wo ist das andere da? Zack. Vier. Und ich glaube, eine Chest. Oder? Ich mache tatsächlich ein bisschen Maggi noch, gerade. Magic Wax braucht man dafür. Und ein Undreaded Frame. Okay, der Frame ist leicht. Aber das Wax bekommt man. Das ist natürlich schwierig anscheinend. Du bist oben? Ja, ich bin oben. Ich bring dir ein Geschenk. Boah, schon wieder. Hallo. Habe ich mir auch eingebaut, weißt du? Also, das ist quasi dein Alter. Den ich kaputt gemacht habe. Ja, direkt mal gescannt und direkt ein Clou bekommen. Ach was? Warte, muss ich auch scannen. Ja. Gann den mal und vielleicht kriegst du auch ein Clou. Was ist denn? Was ist ein Clou? Research Expertise. Nice, Leute. Was ist denn eigentlich ein Clou? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ich habe was Besseres. Wo ist mein Portal? Da ist mein Portal. Oh, Research. Was könnte da drin sein? Na, das hier natürlich. Klar. Das ist die Frage, welches von diesen Runen ist das denn? Ich könnte schätzen, bevor wir hier loslegen. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ne, ich muss nachgucken. Ich habe genug. Boah, die zwei sind das. Das Problem ist, das wird nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen. Heute also Donnerstag auch Livestream? Donnerstag? Komm mal runter. Was voll geil ist, Alter. Oh, kacke. Kann ich hier einfach rausgehen? Bleibt das so? Ja, es bleibt so. Glück gehabt. Ähm, mach ich Donnerstaglöschen. Ja, ich glaube schon. Wo bist du? Vordertür. Welche? Egal. Ja. Hauch mich mal. Mach mir mal Scher. Mehr. Mehr. Nimm Schwert. Mehr. Mehr. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, okay, passt. Oh, das ist geil. Warte, ich zeige dir. Aua. Heilt mich. Ja, Springwater. Geil. Wie hast du das denn gemacht, bitte? Ja, habe ich gefunden. Du hast es gefunden und in den Eimer gepackt. Ja klar, hier, komm mit. Einfach durchs Portal. Warte, ich heil mich noch. Ja, ich habe volles Essen. Ich heil mich auch so. Ich werde morgen wahrscheinlich kein Livestream machen. Höchstens mal mittags über. Kommt drauf an, wie für ich zu tun habe. Ja. Da ein bisschen lang gegraben und dann direkt hier reingelaufen und auf einmal macht meine Herzchen diesen, ne? Ja, warte mal. Kann man das scannen? Mal weg. Ich glaube schon. Ja, ich habe schon gescent, glaube ich, oder? Nee, ich konnte es nicht scannen. Cool. Nur kurz zu gucken. Spring Water heißt das Spaß. Ich nehme nochmal was mit. Nee, geht nicht. Dann müsste man eine unendliche Kette. Aber wie geil ist das denn? Ja, schon. Also seht, perfekte, auch, das in deiner Folge auch noch, ne? So eine Deckung. Äh, warte mal hier mal so machen. Ich weiß echt noch nicht, ob ich meine Livestream machen. Aber ich streame immer Mittwochabends. Und manchmal auch noch ein bisschen mehr, aber das ist so der Standardtermin. Morgen Abend wollte ich eigentlich trinken und nicht streamen. Äh, lol, das ist besonderes Wasser. Das kann man nicht unendlich machen. Also, Donnerstag fühle ich mich nicht abends. Lege ich jetzt so fest. Wird so sein, bin sicher. Weil ich einfach, äh, mich mit ein paar Leuten treffe und ein paar Bier trinke. So ist das bisher ausgemacht. Und am Wochenende habe ich meist auch andere Dinge zu tun. Manchmal Sonntagabend schon öfters vorgekommen. Und hast du eigentlich was trinken gelassen? Und, ja, sonst seit Dienstag meist und auch Mittwoch sind so die typischen Tage. Schade. So, was ich jetzt nicht testen will. Ich wollte weißer streamen und trinken. Ja, schön wär's, wenn es immer geklappen würde. Wollte ich hier noch ein bisschen weiter schauen. Also, wir gehen auf jeden Fall vom blauen Aussichtsfragen auf. Musst du ja da auf jeden Fall hinstellen. Wenn das funktioniert, dann lach ich. Das darf nicht funktionieren. Alter, ich kann das Spring Water in die Hölle setzen. Kacke. Hey, hast du mich gerade gehört? Ja. Ich kann das Spring Water in die Hölle setzen. Nein. Doch. Voll der Bug. Alter, wie krass ist das denn? Yeah, Sensus ist noch mit dabei. Sehr gut. Ah, sind die zwei. Dann ist es realisierbar. Dann machen wir mal ein bisschen Platz hier erstmal. Nicht, dass man jetzt hinter alle wird. So. Ähm. Ich kann nicht mehr das gut merken. Ich kann die mal noch ein bisschen Freiraum bekommen. Tinte ist jetzt nicht das Problem, oder? Dann weiß ich auch, welche Ruhnen das sind. So, das ist Nummer eins. Fein. Wieder noch. Okay. Nicht das hier. Dann ist die ja gleich schon wahrscheinlich, hoffentlich, verbunden. Yes, okay, das ging schon mal. Bing. Okay, ist gut. Das heißt, ich muss die noch dazwischen stellen. Okay, ich werde mal Sensus wieder abwählen. Wir können uns in Viecher verwandeln, die nicht brennen können, aber wir könnten uns theoretisch auch in der Hölle einfach löschen. Warum bin ich jetzt gelaufen? Jetzt muss ich hier noch was dazwischen stellen, weil sonst geht's nicht. Und jetzt versuchen wir mal Sensus wieder zu aktivieren. Yeah, es hat funktioniert. Und wir haben Research Expertise. Sehr gut. Das ist eines der wichtigsten Discoveries tatsächlich. Ich zeig das euch. Wow. Was machst du mit mir? Hör auf, mich durch die Gegend teleportieren zu müssen. Ich hab mich hier hochgesneakt mit dem Portal. Voll geil. Das ist krass. So, und jetzt ist es nämlich so, dass wir besser researchen können. Also das, was ich gerade gemacht habe, ist noch besser. Aber ich muss unbedingt ein Special zur Farmcraft rausbringen, weil es ist einfach so viel. Und es ist einfach... Ich weiß auch noch nicht alles. Und es ist einfach super interessant. Es ist wahrscheinlich... Also ich finde es... Wird eines der interessantesten Modpacks allein, weil es irgendwas ganz Neues mit da drin ist. Mit diesem Buch, wo man nachschauen muss. Und diesem Schreibtisch und Magie und Bienen und... Ja, ich hab selber noch nicht alles gescannt. Oh, hey, hier ist eine Barrikade. Ja, also jetzt können wir die Runen sogar weiter bewegen, weil ich eben diese Research-Expertise habe. Wichtig ist vor allem, damit man diese Hinweise bekommt, dass man immer was zum Schreiben dabei hat. Sonst kriegt man die nämlich nicht. Und wenn man dann was scannt, kann es eben sein, dass man... Genau. Rückschelf gegen genau. Das ist so geil. Ich kann in der Welt rumfliegen, ne? Und wenn ich nach Hause würde, einfach... Warte mal, ich hab auch noch was vor Bilden. Wo bist denn du? Soll ich nach Hause kommen? Ja, ja. Okay, wart. Du hast ja ein Portal gesetzt, das Orange ist hier. Ja, ich weiß. Da bin ich. Hallo. Ja, hier. Warte. Äh, nein. Doch. Achso. Warte, ich hab wieder was für dich. Zum Scannen, oder was? Nee. Ja, was ist mit der? Das ist eine Marikade. Ich geh wieder. Alter, fuck. Es war nicht schlau, die auf den Boden zu setzen. Geht schon, du musst durchspringen. Versuch's. So, vielleicht können wir jetzt noch. An der Stelle ein bisschen, dass Formenomicon... Hilf mir. Nee, hilf mir heißt das eigentlich, ne? Invent for Kai. Das ist... Firechart. Ich weiß nicht, wie ich den... Wir haben keinen Nethercrawler mehr, oder? Ich glaube nicht, nein. Kacke. Dann können wir es doch nicht machen. Achso, hast du jetzt eigentlich mittlerweile Dr. Hoomer gesehen, oder? Nee. Achso, das soll ich auch tun, oder? Leute, hat jemand von euch Dr. Hoomer gesehen, das stimmt. Hat jemand von euch Dr. Hoomer gesehen, dann kommt ihr nämlich was ganz Geiles. Ich hab nämlich einen super krassen Head gefunden. Wusser denn? Ich hab so viele... So viele mittlerweile. Ich glaub, wir brauchen keine Kuhfarmen. So viele Zombies, wie immer, ähm, spawnen. Kriegen wir genug Gehirne. Komm her, Mr. Skelett. Du bist draußen, oder was? Ja, ich hab grad so ein Skelett töten müssen und jetzt noch ein Headshot. Ich hab auch kein Headshot getötet, glaub ich nicht. Dann probiert jemand Smilies aus. Nein, bin ich! Du Spass! Ich hab doch einen Hut auf! Ich hab doch nicht mal Tsch gemacht, du Spass! Jetzt spons doch hier, Mann! Na klar, Mann! Richtig voll erschreckt, wie geil ist es, ey! Ja, ich hau halt auf den Knüter drauf. Warum hast du denn keine Rüstung, oder was? Ja, äh, nicht mehr so viel gehabt, nee. Soll ich's wegrauen, ja? Alles da? Du hast nicht mehr kaputt. Geh weg, geh weg, geh weg! Ich mach's schon. Ja, jetzt hast du die Hälfte eingesammelt. Nee, hab ich nicht. Gibt gar nichts. Okay. Ja, jetzt ist die Rüstung natürlich ganz kaputt. Sorry. Wer mein Schwert macht, hat Schaden ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Was kommt denn? Diese Grün-Küper-Action. Hau mich einmal, bitte. Hau mich einmal, bitte. Hau nochmal. Wow. Warte, und jetzt verwandle ich mich zurück. Wow, das sieht mich doch gar nicht. Das ist eine Sonnenbrille, ich bin so ein Klub. Yeah, Sonnenfausos. Und das ist übrigens einer der Mods, der drauf ist. Sie sind auch nur allein, äh, wegen Hütendrauf. Guck mal! Und jetzt hau mich noch, hau mich noch einmal. Party, party! Hau mich noch bitte einmal. Hau mich bitte einmal. Ja, warte, ich muss ja. Ja, äh, als Creeper kriegst du halt, keine Ahnung, dreimal so viel Schaden. Ach so, das macht natürlich Sinn, auf irgendeine Art und Weise. Ich wollte noch mehr Hüte durchgehen, gerade und wegen kleinen Zombie-Hauen. Warum kriegt der eigentlich keinen Schaden, wenn die Sonne aufgeht hier? Achtung! Ich war gerade halt, äh, ich hab mich selbst für gut achtet. Ja, das ist wieder das, wofür es ist. Ich wollte noch mehr Hüte durchgehen. So, der passt, der passt. Da muss die... Ich hab sogar einen Pool-Head, der sieht aus wie ein Pool. Sachen gibt's. Äh, mein Portal ist aber noch da, oder? Ich hab einen Rabbit-in-the-Head-Head. Guck mal. Ein Rabbit-in-the-Head-Head. Okay. Ah, cool. Äh, ich kann ja mal kurz meine so ein bisschen... Ich hab sogar einen T-Rex. Oh Mann. Also, das ist ein super, äh, verrückter... Was ist scheiße, ne? Wer sich auch immer das hat einfallen lassen. Hier. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Was? Ich kann mich doch in, äh... Boah, guck mal, eine Schildkröte. Ich hab jetzt grad ne Idee, ähm... Hier, äh... Wo ist er? Wo ist er? Guck mal. Der Gast... Puh, 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 puh... Ich kann's bliehen! Ja, ich kann's halt nicht selber angucken, weil der Gast halt den ganzen Bildschirm einnimmt. Ja, das ist aber riesig.